Ihr seht kryptisch, Akira. Aber das, das ist doch vollkommen grotesk. Schau mal deine Figur an, Junge. Das ist grotesk. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pass auf, Wego. Wir sind noch lange nicht... Darfst du jetzt sprechen. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf hab, nicht. Aber okay. Das ist eine andere Person gewesen. Ist nur derselbe Körper. Genug, Shakira. Du machst dich lächerlich. Oh, ich muss den Kopf senken. Aber Verzeihung haben... Wie, was? Shakira entschuldigt sich? Aber er war doch der Kopf des Teams, oder? Etwa nicht? Nicht? Wie hätte das der Kopf des Teams gewesen sein? Ich höre Musik! Ich nicht. Lala, lala. Maskat. Respekt, Respekt. Was für ein prächtiger Kampf. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es bisher entschaffen würdet. Der muss mir netter klingen. Was? Der Bügermeister? Aber wieso? Und wieso hier? Der muss nicht netter klingen. Das ist Maskat. Das ist ein wahres Ich. Wir werden ihn nicht wieder so komisch sprechen. Du hattest dir noch das erste Mal gesprochen, ganz am Anfang, oder? Ja, ich glaube schon. So unglaublich... Aber wenn ich schon Krampf... Aber wenn ich Shakira und Maskat spreche, das ist ein bisschen was viele, meinst du nicht? Ja, deswegen habe ich ihn ja jetzt gesprochen. Sehr nett, danke. Mach weiter. Ach nein. Hast du es immer noch nicht geschaut? Kann man nur so naiv sein? Mal bin ich der nette, hilfsbereite Bügelmeister und mal bin ich der Herrscher im Dunkeln. Der Boss eines vermächtigen Brechersyndikals. Eines vermächtigen Brechersyndikals. Ich bin der Bügelmeister von Fennac. Mein wahrer Name ist Intrigo. Und ich werde nichts weiter als die Weltherrschaft an mich reißen. Wow. Wow. Er ist gleich befestigt worden, sein Hemd spannt. Und seine Ärmel sind. Aber was soll's. Konntet ihr es wagen, meine Pläne zu euch kreuzen? Dr. Robert Neck. Ein bisschen wie Dr. Wiley. Ja, so eine Mischung aus Wiley und Eggman. Wegman! Ja, genau. Aber ich werde meinen Plan ladenlos durchziehen. Und beim nächsten Mal werdet ihr keine Rolle in diesem Plan spielen. Das war schön. Ich werde euch zerquetschen und dann steht nichts mehr zwischen mir und der Weltherrschaft. Boing. Hüpf, hüpf, hüpf. Boing. Hüpf, hüpf, hüpf. Oberkrypto hinter Ego. Und nochmal hüpf, hüpf, hüpf. Hierbei, Plot List for the win. Hm. Hüpf, Level 60. Ja, drei Pokémon auf jeden Fall. Toll. Weißt du, was sollt er? Ich möchte lösen. Feuer, Pokémon. So, gegen Machomai hilft nur Psycho oder Flug. Gehen Scherox hilft Feuer. Mhm. Und, weiß ich nicht. Was anderes. Gestein, glaube ich. Oder? Nee. Egal. Egal, ja. Also, beide mal wechseln. Ist wahrscheinlich besser so, ja. Bei Jobei. Ähm. Das wären einmal mantags? Wollten sagen, mantags der Flügelschlag, ja. Und einmal... Äh, nein. Ich weiß nicht, vielleicht... Ampharos... Ampharos? Irgendwie der Ampharos auf alles kann das sein. Ja. Naja. Uns fehlen Alternativen, Junge. Naja, ist gut. Okay, der Scan-Meter-Boss dabei, aber... Hm. Na, das geht ja leider noch nicht. Ja, schwer tanzt schon wieder. Auch wenn der nicht mehr zum Boot ist. Uh. Ach, ja. Flügelschlag auf, machen wir mal. Doch, Flügelschlag. Okay. Aber Flügelschlag, ich war recht schwach, ne? Kein Step und so weiter. Flügelschlag, dass wir sogar Step haben. Ist doch Wasserflug-Pokémon, oder nicht? Echt? Hm, okay. Aber auf jeden Fall, ist es... Ist es, ähm... Darnedil's Cherox, nehme ich an? Wahrscheinlich, ja. Ja, also, ja. Okay. Schauen, was macht der Schaden? Erhält sich in Grenzen. Bei der Verteidigung gestärkert nochmal. Gut, ja. Och, komm, nicht Step-Fetter. Das war Step-Fetter nochmal. Ach so, alles wird getauscht, ja. Hm. Und Sandsturm. Hm, hm. Und tschüss. Naja, macht ein bisschen was Schaden. Also, geht. Ja, erbeben. Und tschüss. Oh, weh. Das zieht sich. Warte, Step-Fetter ist nicht im Ohn? Wat? Step-Fetter ist Gestein. Oh, okay. Ganz ehrlich? Ich hatte Angst vor Step-Fetter. Das war unglaublich gut. Gut, nein, das ist ja erledigt. Äh, nee, Skogler hatten wir eben schon. Hm. Kost ja. Okay. Ich meine, die haben keine Ahnung, was ist das alles wiederkommen, oder? Heben. Deswegen kommt sich Skoglers Mauer noch vorausschübeln. Okay. Ah, Sterox von Wider. Wahrscheinlich gleich noch ein W-Staffeltieren. Ja, ja, Sandsturm. Aber Skogler nicht, das ist... Ein zweiter Grund, der gut ist. Hm. Aber Sterox auch nicht. Ja, gut. Ähm, Maltenflugisch? Nee, ist recht schwach, ne? Wie gesagt. Lüpfstäube zumindest nicht. Ja, geh auf Lüpfstäube, ja. Mach wieder damit. Ja, Aquarelle. Zum Verwirrung. Ja, wenn wir darauf spielen wollen, klar. So, weniger Scham macht das jetzt, glaube ich, auch nicht. Und... Schlitzer wieder, nehme ich an. Mhm. Auf. Warum nein? Mhm. Du klingst so genervt. Bin ich jetzt so blöd, oder wie? Ich klinge verzweifelt. Ach so, okay. Der Erdunterschied ist zwarweise recht gering, das ist wohl wahr. Nennen wir es eher regnieren. Der Erdunterschied ist noch geringer, ja. Sei verwirrt. Brav. Ja. Ja. Zählte der Erdunterschied ist jetzt eigentlich auch noch, oder wird er neutralisiert? Danke. Hat er das gerade wirklich geleckt, oder? Hm, was? Ich hatte gerade ein fast minütelanges Standbild auf Nachomai, der da eine Akrawelle ins Gesicht gekriegt hat. Ach so, ja, das hat geleckt. Nachomai ist verwirrt gewesen. Und hat sich selbst beschädigt. Super. Naja, es müsste Flügelstab wieder gehen. Mhm. Schlitzel... Och komm, direkt hinterher, ne? Ja. Andererseits ist der Chirox jetzt auch, was soll's. Ja, genau, danke. Zumal es jetzt auch nicht mehr verwirrt ist durch Stoppgenesung, ne? Mhm. Und schon wieder Stafette. Äh. Was ist denn diesmal im Ü-Ei? Na, toll. Männer titten. Aber in jedem Fall... Erinnert mich dieses Pokémon grundsätzlich... ...an die, was war das, die fünfte Arena in Rubin Saphir? Wo man gegen seinen eigenen Vater kämpft? Äh... Der ist ja Ringerleiter, oder? Ja, schon klar, aber warum ein Flieser ist ja so an. Letztes Pokémon von dem Kerl, Leta King. Ach so. War grausam, der Kampf. Ich kann mir gar nicht denken, warum. Dann hoffen wir, dass Leta King dieselbe Spezialfähigkeit hat, wie das in dem anderen Teil. Die da wäre? Es greift nur jede zweite Runde an, weil es die andere Runde lang nichts tut. Ah. Greifel? Hm, hm. Ja, muss wohl. Äh, Erdbeer. Egal, egal. Macht wenigstens Leta King-Schaden. Er ist ja nur ein Stein-Hage. Hä, 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 hä. Hm, 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 hm. Oh. Okay, ist halt nur ein Stein-Hage. Ne, mal soll ich die Skorgen nicht langsam entwickeln? Skorgo gibt's, glaub ich, erst seitdem er zum Kerl. Ah, okay. Schade. Hm. Äh. Du, Lizard? Oder doch eher Schaufler? Ist halt ein Risiko, als mit Erbeben, ne? Da krieg man irgendwie doppelten Rafferschaden, wenn man Schaufler ist. Wie wär das? Lizard, ja. Okay. Nur um irgendwie Schaden zu machen. Um weiter entschlitzen. Voll ernst. Joch, schön. Ja, hätt' ich jetzt da. Wobei, es wär Winter gewesen. Ah, was soll's. Hm. Schön. Wärter-Tacke ab. Mach um ein. Du bist mein Held. Ach, sehr. Die Tacke doch. Ja, schön. Womit sich das wieder erledigt hätte. Oh. Oh. Äh, kenn ich nicht. Ah, okay. Ne K.O. Attacke, aber leider hat es ne ganz schlimme Genauigkeit. Ja, gut. Nimm dafür einfach Gipschache raus. Das ist direkt, mach dir keinen Schaden. Na, gut. Ja, die Trefferchance ist echt scheiße. Äh. Wenn es trifft, ist es halt nur ein Hit. Und schon wieder Scherox. Nein, das überlebst du jetzt. Nicht du. Achso, ja, schon klar. Das war ja auch mit Boden. Hm, hab ich nicht gesagt. Äh. Ja, weiter schlitzern. Ich glaub, das krieg ich sogar hin jetzt in der Runde. Mhm. Ja, und ich find Kalfel nix tut. Obwohl, ja. Sandsturm. Und schon wieder Schwerchance. Der muss sich immer erneuern, wenn das Pokémon ausgewechselt wird. Ah, und das ist gut. Du hast ja meine Frage von vor vier Minuten beantwortet. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich dich nie beantwortet habe. Äh, okay. Das hat sich gelohnt. Mhm. Bauenabfahrt, time. Hm, ah ja, das. Doch, ah ja, das. Okay. So, stirb. Gut. Gut. Wie lange geht das eigentlich noch mit dem Sandsturm? Fünf Runden lang. Das dürfte jetzt theoretisch die letzte Runde sein. Okay. Ob's stimmt oder nicht, kann ich ja nicht sagen. Und wieder neu. Ich hab dich mitgezählt. Ja, gut. Hm, scheiße. Äh, heilen, ne? Ja. Obwohl ich irgendwie, ganz ehrlich, den muss Beleber nehmen. Äh, 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 äh. Oder haben wir Top-Beleber? Ich glaub nicht. Nee. Warten. Nur Top-Trank. Ähm. Ähm. Ich weiß, dass das unglaublich viel mit verdammt viel Glück zu tun haben würde. Ja. Aber irgendwie will ich alle meine Hoffnungen darauf setzen, dass eine Guillotine von Skorgler Butterlander trifft. Okay. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so, ich bin grad so drauf. Nehmen wir was heilig? Ja, wo der Lande kann, wenn es ein Standard, wo der Lande ist, eine Drachenattacke, dann Feuer, Flammenwurf und dann Erdbeben. Also, mantags. Okay. Theoretisch. So. 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 Das war klar. Das normale, äh, nicht getroffen. Ja, toll. Äh, hm. Dieses normale nicht getroffen gibt's nicht. Bei der Guillotine. Das hat nun nicht. Keine. Ja, anscheinend ist das nicht. Hm. Irgendwie sind wir so schön weit gekommen. Ja, es sind nur noch drei. Drei? Drei Pokémon sind es noch her. Ich hab's noch zwei. Aber das wären die ersten beiden. Ich mein, ich hab' eben drei gesehen. Äh, wie der Mann sag's, ne? Ja, klar. Aber was fehlt denn denn noch? Es sind noch drei. Scheiße. Nochmal hoffen. Ich glaub' wohl eher, wenn wir das jetzt gleich verlieren. Was wir werden. Ja. Dann hören wir auf. Wahrscheinlich. Und du greifest noch mal eine Woche lang. Äh, mitvergleich. Es tut mir auch sehr leid. Aber Bruder, wir haben die Stufe 60. Das ist schon klar. Außerdem können wir jetzt auch endlich Metagross mitziehen. Ah. Das Silberhauch? Oh. Oh, hübsch. Alter. Hm. Okay. So viel also dazu. Step und Angriff stark gesteigert und so. Ja. Äh. Vorsteht's in Gegels. Wenn's das Wort überlebt. Ne. Ach, doch. Jetzt trifft noch. Das wird jetzt... Ne, schade. Das wär's jetzt gewesen. Das trifft und dann macht Scherungstrassen kaputt. Ich weiß nicht, ich hab Gillotine noch nie treffen sehen in meinem Leben. Okay. Was daran liegt, dass ich sonst nur mit den Viechern als Gegner kämpfe und normalerweise richtig schnell tot hab. Aber Gillotine kann echt mies sein, wenn du eine Nasslock spielst, weil dann treffen die immer. Hm. Hm. So, speichern und dann war's das. 39 Stunden. Wir kommen halt gut an die 40 Stunden ran. Hm. So. Ich geh nochmal kurz hoch und frag, wir wissen nämlich, dass wir nicht wirklich gegen alle nochmal kämpfen müssen. Nein, du gehst erst nochmal kurz zurück. Hm. Ich möcht mir gerne mich daraus angucken. Achso, ich hab ja... Ich hab... Ich kenn dem sein Moveset ja nicht, das haben wir ja nie gesehen. Ja. Äh, geh auf. Aber Metagross wird auch nicht vom Sandsturm beeinflusst, das ist nämlich sehr gut. Und Metallmantel, wow. Äh... Bericht. Bericht, ja genau, das war das. Erstmal die Stats angucken. Oh, schön große Zahlen. Eben, 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 eben. Ich sag dir, dass Metagross episch ist. Hm. Und look at that Verteidigung. Jo. Ist halt immer noch voll Krypto, also... Ja, daran hab ich nicht gedacht, aber auf jeden Fall sind die... Darf ich mal die Brechstange nehmen? Nee, nur das Herz öffnen. Und keine Bänder, jo. Kann es sein, dass du noch ne Flöte hast? Ne Zeitflöte? Ich glaub nicht, nein. Man kriegt zwei, also ich weiß nicht, vielleicht hat's noch eine. Ich guck mal, aber ich... Ist ja prinzipiell egal, ich kann's einfach so mitziehen. Ich weiß, aber bis du das wirklich komplett befreit hast, wird ewig dauern. Ist das ein Basis-Item? Ich glaub ja, ne? Ich glaub eben nicht. Äh, dann hab ich keine. Weil die normale Anzeige durchgesehen, da ist keine Zerflöte dabei. Na, stimmt. Ja, ich hatte eine meiner Zeitflöten irgendwann mal, in meinem Fall, im PC gelagert, aber das hast du, glaub ich, nicht getan. Oder hast du irgendwas im PC gelagert? Ich glaub, ich hab irgendwas mal im PC gelagert, aber ich glaub nicht, dass es ein Zerflöte war. Doch. Ach, doch. Ich nehm's trotzdem nicht. Da ich ja sowieso grinden muss, kann ich das gleich in einem Zug machen. Ja, viel Spaß. Ich sag dir halt nur, dass dieses Montagse-Level 5, äh, dieses Meta-Wort-Level 50, kein Level dazugewinnen. Das ist halt... Ja. Ja, doch, klar. Gut, wenn's dann frei ist, krieg ich die ganzen Punkte, ja. Stimmt, ja. Eben. Ja. Puh, dann bis zum nächsten Mal mit hoffentlich ein bisschen mehr Glück da oben. Bye, bye. Mhm. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.